Musik Mit jeder neuen Modellreihe, die Fendt präsentierte, begann landtechnische Zukunft. So auch diesmal mit dem Favorit 500C. Die Zukunft gehört dynamischen, universell einsetzbaren Hochleistungstraktoren, die in gleicher Zeit mehr leisten. Vorderachsfederung, Turboschiff-Lastschaltgetriebe und 50 km pro Stunde sind dabei ebenso wichtig wie Wertbeständigkeit und niedrige Betriebs- und Wartungskosten. Die neuen, kompakten Favorit 500C sind Musterbeispiele von Fendt. Musik Ihre zukunftweisenden Merkmale. Die einzigartige, niveaugeregelte Federung und 50 km pro Stunde Geschwindigkeit eröffnen eine neue Dimension von Komfort und Schnelligkeit bei Standardtraktoren. Im Gelände wie auf der Straße. Wie fühlen Sie sich nach einem 10 Stunden Arbeitstag ohne Federung? Vergleichen Sie selbst am Beispiel des Favorit 800. Ohne Federung muss der Fahrer ab einem bestimmten Tempo seine Geschwindigkeit reduzieren, um Stöße zu verringern. Die Federung minimiert die Stöße und Unebenheiten zwischen Traktor und Untergrund. Niveauregulierung bedeutet, Federkomfort und Fahrsicherheit bleiben dank Niveauregulierung immer gleich gut. 50 km pro Stunde schaffen Vorsprung. So sparen Sie bis zu 20% Transportzeit oder bei reduzierter Drehzahl und 40 km pro Stunde bis zu 10% Kraftstoff. Federung und 50 km pro Stunde. Das müssen Sie unbedingt selbst bei einer Probefahrt erleben. Turboshift. Von dieser Lastschaltung werden Sie begeistert sein. Turboshift ist die perfekte Verbindung von modernster Turbokupplungstechnik mit den Vorteilen eines Lastschaltgetriebes. Fendt Turboshift bedeutet ruckfreies Anfahren und Schalten. Die Turbokupplung steuert feinfühlig die Lastschaltung. auch Teile. Schnelle Stufenwechsel im Acker und weiche Gangwechsel auf der Straße für besten Fahrkomfort. Komfort. Die Einhebelbedienung. Mit einer Hand alles im Griff. Mit nur einem Schalthebel bedienen Sie 44 Arbeits- und Kriechgänge. Per Daumenklick schalten Sie die vier Lastschaltstufen. Beim Wenden können Sie per Fingertipp die neue Fahrtrichtung vorwählen, ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Mit Betätigung der Kupplung lösen Sie die Schaltung aus. Das Turboshiftgetriebe ist so abgestuft, dass Sie zum Beispiel beim Pflügen komplett ohne Gangwechsel bequem per Daumenklick fahren können. Die Favorit-Konstantleistungsmotoren. Modernste Technologie mit entscheidenden Vorteilen. Überragende Durchzugskraft und bis zu 31% Drehmomentanstieg. Extrem sparsam. Der Bestverbrauch von nur 199 Gramm pro Kilowattstunde spart im Jahresablauf viele hundert Liter Kraftstoff. Herzstück sind dabei die agilen Turbo-Vierzylinder und die besonders laufruhigen Sechszylinder ab 115 PS. Fendt Arbeitskomfort. Der Schlüssel für Gesundheit und Mehrleistung. Sie verbringen tagtäglich viele Stunden auf dem Arbeitsplatztraktor. Arbeitskomfort ist damit längst eine Notwendigkeit für Ihren Betriebserfolg. Je entspannter Sie arbeiten, desto besser können Sie die volle Leistung aus dem 500er herausholen. Die Türen öffnen weit. Der Komfortsitz lädt zum Platznehmen ein. Dieser leise Arbeitsplatz mit nur 72 DBA bietet Ihnen hervorragende Sicht nach allen Seiten. Vor dem Fahrer befindet sich der schlanke Lenkturm mit Armaturen-Display und integriertem Bordinformator. Mit der linken Hand werden Wendeschaltung, Lenkradverstellung und Heizung bedient. Rechts sind die wichtigsten Bedienelemente für Hydraulik, Allrad und Zapfwellen kompakt in einer Einheit zusammengefasst. Alles unterstützt hier. Nichts lenkt ab. Es macht Freude, einen Fendt zu fahren. Vier Technikbeispiele, die Sie wirkungsvoll entlasten und Ihre Leistung steigern. Beispiel 1. Das automatische Allrad- und Differenzial-Sperren-System. Es passt sich verschiedensten Bodenverhältnissen optimal an. Im Grünland wird durch die lenkwinkelabhängige Allradzuschaltung der Boden geschont. Im feuchten Acker sorgt die mitdenkende Elektronik für maximale Zugkraft. Beispiel 2. Die Vierfach-Zapfwelle mit elektronischer Anlaufsteuerung. Beispiel 3. Die Load-Sensing-Hydraulik. Den Kern bildet eine kraftvolle Axialkolbenpumpe, die bis zu vier Steuergeräte mit bis zu 102 Liter Ölstrom versorgt. Das bringt an der Heckhydraulik bis zu 6700 Kilopond Hutkraft. Beispiel 4. Der EHR-Frontkraftheber. Erstmalig lassen sich jetzt auch sämtliche Frontgeräte über einen geregelten Frontkraftheber komfortabel und präzise steuern. Die Wirtschaftlichkeit des Favorit zeigt sich in seinen niedrigen Gesamtkosten. Landwirtschaftliche Unternehmer wählen ihre Maschinen nach dem Gesamtkosten. Sie vergleichen Technik, Anschaffungspreis, Betriebs- und Unterhaltskosten sowie den Wiederverkaufswert. Alle Faktoren zusammen sprechen für die hohe Wirtschaftlichkeit eines Favorit. Erfahren Sie den Favorit 500C. Jetzt testen bei Ihrem Fendt Vertriebspartner. Sie werden feststellen, es gibt viele Traktoren, aber nur einen Fendt. Erfahren Sie den Favorit 500C. Bis zum nächsten Mal.